So Leute, wir haben jetzt schon einiges geschafft, aber bevor wir uns um Bilder kümmern, werde ich ganz kurz hier nochmal etwas ändern. Und zwar, damit es hier alles soweit passt und ich in jeder Section eine Teilüberschrift habe, werde ich hier in der Section Hallo einfach das H1 zu H2 ändern. Und die Überschrift an sich, habe ich ja schon gesagt, die kann ja auch in den Header reinkommen und das mache ich hier einfach mal. Ich mache meine Überschrift, die Seitenüberschrift, packe ich rein in den Header. Also mache ich hier eine H1 rein und schreibe da einfach mal hin, Willkommen. Außerdem, die Bilder, beziehungsweise das Bild, das ich jetzt einfügen werde, dafür mache ich auch einfach mal eine neue Section auf, einfach damit man es hat. Warum nicht? So und diese nenne ich dann einfach mal ID ist gleich Bilder. Mache hier auch nochmal eine Teilüberschrift rein, die kann von mir aus auch Bilder heißen. Und das Ganze natürlich, damit es auch vollständig ist, man es hier oben auch auswählen kann, mache ich das Ganze hier rein. Hier ein kleiner Tipp, wenn ihr jetzt, oder eigentlich müsste es bei fast jedem Editor gehen, wenn ihr STRG D drückt, dann kopiert ihr, beziehungsweise dupliziert ihr die Zeile, in der ihr gerade seid. Das Ganze geht auch mit ausgewählten Zeilen. Wenn ihr ausgewählte Zeilen duplizieren wollt, geht das auch mit STRG D. Hier nochmal ganz kurz als kleine Information am Rande. Okay, so, spart man sich ein bisschen Zeit hier. Ich nenne das jetzt einfach Bilder und hier muss ich jetzt auch nochmal die ID natürlich angeben, um die es sich handelt. Bilder. So, dann sollte das jetzt funktionieren, wenn ich das immerhin zweimal auswähle. Ja, dann komme ich hier nach unten. Okay, wunderbar. Jetzt kümmern wir uns um das Bild an sich. Dafür gibt es natürlich auch ein eigenständiges Element. Das fängt dann an mit, spitze Klammer auf, und dann Image, beziehungsweise IMG, Kurzform. Und jetzt können wir den Pfad angeben. Das machen wir mit Source, beziehungsweise SRC. Und jetzt können wir hier sogar ein Bild im Internet raussuchen und dann einfach wirklich den Link zum Bild einfügen. Wir können aber auch den absoluten Pfad nehmen, den relativen Pfad nehmen. Der absolute Pfad wäre dann zum Beispiel jetzt unter Windows, wenn ihr angeben würdet, C, Doppelpunkt, Slash und, weiß ich nicht, User, Desktop sowieso. Ja, je nachdem, wo das Bild liegt. Oder den relativen Pfad. Da fangt ihr dann ab dem Dokument an sich an. Das wäre dann in diesem Fall Index-HTML und ab da würdet ihr euch dann zum Bild durchhangeln. Und da hier der Ordner oder da sich das Bild im Ordner Image und dann hier befindet, gebe ich dann eben an den Ordner. Das wäre jetzt hier auch schon in der Auswahl. Image und dann Slash und dann eben hier das Bild. Das Ganze ist hier schon in der Auswahl. Super, perfekt. Kommt hier rein. Dann gibt es noch eine zweite Sache, die man auch machen kann. Dann vergesse ich immer wieder gerne, weil ich keinen Bock darauf habe. Und zwar, das hier nochmal zu vergeben. Ist dann auch eigentlich ganz praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel das Bild gerade nicht verfügbar hat. Weshalb auch immer. Mach ich jetzt einfach mal hier Hero-Bild oder sowas. Schreibe ich einfach irgendwas rein, okay? Und wenn jetzt zum Beispiel das Bild nicht existieren sollte, dann wird hier immerhin angezeigt, um was es sich eigentlich handelt. Jetzt mal nur so am Rande. Ganz schön, denn wenn ich das jetzt hier wegnehmen würde, dann wäre hier zwar ein Bild, aber man wüsste jetzt nicht unbedingt, was soll mir das Bild sagen. Oder was würde an dieser Stelle sein. Und da ist dann eben dieses Attribut ganz praktisch. Also, nächste Sache, das Bild passt nicht hin. Was können wir da machen? Wir können natürlich auch die Größe des Bildes festlegen. Das machen wir dann mit Height beispielsweise, wo wir dann die Höhe des Bildes festlegen können. Da können wir jetzt eine Pixel-Anzahl reinpacken. 300 Pixel oder sowas. Ja, und dann wäre jetzt das Pixel, das Pixel, wäre jetzt das Bild eben 300 Pixel hoch. So, kann man sich ein bisschen hier austoben. Wir können natürlich auch Größen der Bilder und so weiter auch über CSS definieren oder wie sie angezeigt werden sollen, aber das kommt ja noch.